und wir machen mit dem mittwochmatch weiter wie kann der nur 8000 punkte haben der eine typ wir haben jedoch am anfang direkt umgerannt dann ist er rausgegangen am anfang das hat doch schon ein bisschen gedauert also das mit dem umrennen war eigentlich relativ schnell die hätten ja auch nicht wirklich zugemacht und das reicht dann schon zwei punkte und vier stalker ja und der eine war sogar voll gemerkt genau und kann ich die poste ja man habe ich gerade eben gesagt woher level 35 zerk ist ach so genau wie michi hier den 35er terrorbildchen hat und du den koloss im 1-on-1 oder was ist das? ne einfach nur level Terra ach so hä level Terra? ja ich habe Terra gelevelt und kriege ein rotausbildchen weil das ist das was ich die ganze Zeit wegbashte als Terra ich finde die sollten einfach mal so eine funraise weiße so so einfach so hybrid ich fick dich ich fick dich ich hab Schild und bin zerk ich fick dich ich wie in der Kampagne? genau die waren aber saumichtig ich weiß das ist dann wie mit Snipern auf einer Map bei einer 4 und 4 darf nur einer das sein aber der kann auch alleine gegen 4 Leute loslaufen rap 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 übrigens alright gesehen hab äh wie man als terra am besten hohe templar ausschaltet ne ghost gezielter schuss kennst du das ja das macht das one hit ja das war natürlich cool besser wie mp und eben wie macht man die nur saftlos wir haben 16 uhr da muss doch mal kurz gerade nachgucken wie es denn in der bundesliga steht ja das match geht los also ich konnte ich konnte gerade noch ein blick drauf werfen war und luft septimus ja 3 x 105 und alter die map ist ja mega eklig die heißt auch rankensumpf erinnert mich erinnert mich an die eine map wie hieß die nochmal jagd revier ja daran erinnert mich auch aber noch an was anderen auch eine vier spieler map wo jeder immer so einzeln war ich finde das heißt ich bin im inneren ja ich auch fuck und ich bin auch noch terra fuck doppelgeklickt als terra machen die ganz gerne den trick einfach mal hier rüber tun genau die gold darüber ne genau das machen die das ist aber totaler schwachsinn den haben wir hat er eine doch auch gemacht und danach hat er mega verkackt die haben übel verloren gegen uns er war platin warum hat er so eine dumme kacke gemacht richtig die haben sich verkackt obwohl er musste so voll übel rumfliegen das hat so lange gedauert sehr gut in der zeit kann es halt nichts machen ja ich habe keine minerals nichts ich bin auf dem weg aber dauert jahre bis es denn dann ankommen und ich sind immer so die helden wir machen unsere eigene mauern immer weg weil das uns zu nervig ist aufzuwarten welche mauern wo diese eine mit mit mauer also die jaja klar der als set muss die halt immer weg machen gut sein pool ist angesetzt da ist auch also waschen wir und nicht ja und schon was was ja jetzt hat er überhaupt noten in der regel scheiß drauf was mit der piste da macht und wir die anderen weil der sieht nicht so intelligent aus bis jetzt selbst die muss weil der platin vielleicht aber irgendjemand nicht oder so ja ja in wirklichkeit hat er schon eine zweite aufgebaut haben wir nicht mitbekommen ja genau ja weil der platin ist kriegt ja einfach dreifaches in kamen und das hat der andere das ist ein warp gate mit zwei gas kommt schon was weiß ich hier habe ich ein bild ein bisschen verkackt zwei gas oh man entweder dt oder oracle und dann void stimmt oracle gut dass es nochmal Salz ich mache mir hinten schnell einen abwertigen hin habe ich gerade so gedacht dann habe ich mir das auch gedacht ja das habe ich mir auch gedacht weil vier space marines sterben gegen einen oracle übernete kern ja muss er ja wenn er anfangen will zu attacken ein gas oh du bist beim terror angekommen wuhu ich ja voll cool was der hat hier mein ja hat er aber ein marine und der pennt sogar richtig ein marine wuhu ich habe mehr ich habe schon mehr die märz direkt rüber guck den ersten aushebeln nur einmal overlord neun ja ich gehe mit meinem zirking rüber der war richtig derbe ich müsste das sein ich lade hoch wieder weg nein du kommst nicht mit mir guckt einer rum die drohne ja jeder lieber jetzt hat er halt sein zärtlinge er hat die auch so schon gesehen weil der genau den weg gekreuzt hat dann dachte ich dann kann ich noch umbringen jetzt gehe ich los die länge bitte hab mich zu bitte hab ich zu bitte hab einfach nichts zu wenig habe zu wenig scheiße ist zu kann schon nichts mehr machen das ist beim protoss oder so oder bei den anderen die waren nicht rotos hat rotos sieht aber schwer aus rein zu kommen das ist hier dann werden auch unmöglich rein zu kommen wir haben nicht vorbereitet der ist offen der ist offen das ist viel wert die spiel normal ne kein rush alle von denen ja ich habe doch auch was gespielt ich habe alle meine einheiten verloren habe jetzt nichts mehr da du hast wirklich gesunden recht das heißt so gut sind die bei dir nicht mehr sind sie auch nicht aber trotzdem ich gehe direkt auf futra und roach ist jetzt ja ich gehe ich gehe einfach ich gehe jetzt nach hause ich kämpfe noch mehr kein lust hier alle menschen gehen ihn auf den sack damit kriegst du eventuell nicht aufpasst den terror aber sonst ja guck es hat er mich gescannt und jetzt werde ich verkündet glaube ich die sind auf weg zu mir mit viel und ich habe alles und die kommen zu mir zuerst ich habe nichts also in der theorie kann ich jetzt rausgehen wenn jetzt ja die kommen zu mir das ist der direkter marschweg ich bin in fünf kompletten aus ich bin unterwegs aber das ist zu viel meine queen ist one shot gewesen ich habe verloren und ich habe auch keine drohne mehr die haben mich alle haben alles abgefangen da ist eine drohne hätte sie supergeil ich bin da und jeder hatte ich vor oder hier ich wollte so weit außen wir haben so viel also richtig 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 viel dominik ist der nächste der stirbt da viel zu wenig weil die haben wirkt man wie viel das ist allein ich glaube einer von denen wird reichen und um nicht zu töten ja hilfe die kommen zu mir und so wo der eine potos ja hat aber mehr wie vita ja der hat gerade dominik gescannt und redet jetzt zu dominik glaubt die haben die wurde um einen gesehen der macht einen teilen vor meiner base da ich bin auch weg von venster leute wir sind alle am arsch auf der weg luxus ist das ich würde sagen wir liefen auch noch eins ich glaube dass wir nur noch rumgefeiert darum wie lange wir durchhalten aber nicht mehr ach komm schon alter der ton hängt sogar bei mir ja bei mir auch bei mir ist einfach ein standbild und ich sehe diese zeit von dem unterlaufen ja bei mir auch und dann gehen die doch die minerals von dem alter doch schlimm könnten jetzt auch das ist der harmloseste bis jetzt gewesen der lux die anderen sind schlimmer wobei der lux war der mit den tausenden von marines glaube ich das ist der grüne hatte hetzer wir kriegen ja auch direkt die kontrolle über den wir sehen uns aber auch wenn er mit angehen können die kriegen jetzt sehr die ganze zeit nur los genau der ist bei 1 hängen ist sie behindert ach komm schon ruckel dich gefälligst raus also ich will ja nicht aufgeben aber domenik wird gerade zerstört äh was ist mit mir ja für mich ist krass was ich ja ich safe tut mir leid rita aber ich muss meinen panzer safen ich bin hin ja und ich bin nur halb theoretisch am leben da kriegst du meine da kriegst du meine die basis unserer verbündeten wird bedroht so ich hab nen worker jetzt gehts los gleich wenn ich angefangen habe meinen worker zu setzen unsere verbündeten befinden sich in kaum basis unserer verbündeten wird bedroht dass das waren viele minerais ammert die typen die basis unserer verbündeten wird bedroht die basis unserer verbündeten wird bedroht alter das waren viele minerais ja das waren echt viele minerais ich hab nur keine depots um die umsetzen Der, der am Ruckeln ist, hat die größten Werte der Armee. Dann doch der ist, dass wir die 1000 Marines doch richtig gehabt. Also, jetzt kommt der ja theoretisch zu mir runter, oder? Ich glaube, er kommt zu mir runter. Nein, nein. Der greift mich schon von... Ach, Mann, wo? Nein, einer meiner Wacke muss überleben. Nein, nein. Irgendwie war immer schon mal mindestens jeder einmal irgendwie Gold, Platin oder Diamant oder Master League. Das ist bei 4 und 4 auch gar nicht aufzuhalten, finde ich. Ich bin eigentlich selber in 4 und 4. Schaff ich nicht, wie ich in Silber gekommen bin. Rishi wird in meinen Kontrollen... Mach auf, mach auf, mach auf! Mach auf, mach auf, mach auf! Ja, ist offen. Deine Throne, deine Throne! Ja, ich weiß. So, ich habe nämlich noch genug für den Rill zum Aufzukämpfen. Hier. Oh, Alter. So. Wie war das, eine Runde? Ich fühle mich, wie mein ganzes Zorn. Ja, genau, ihr wolltet doch rum, ihr wolltet doch lieben, ohne... Stopp, Alter. Wie hat er eben gesagt? Ich lieb doch nichts. Ja, ich bin schon raus. Ja, ich auch. Ja, ja. Ja, weil wir euch jetzt zuhören, das ist ein bisschen langweilig. Ich habe einen Worker, für mich ist es auch sehr spannend. Ja, Survival Mode. Gleich mit deinem Slime da, äh. Gleich jetzt richtig los, du! Hast du abwarten! Das ist so unglaublich schön, Mann. Sag mir mal mehr Minerals, warum kriege ich kein Income? Das ist der Drohne. Ich kriege eine Drohne. Stimmt, wenn du die Drohne versammelst, dann hast du auch überhaupt keine mehr zum Arbeiten, ne? Ach, ich habe gerade eine Brutstätte im Bau bei Yoshi in dem Base. Richtig. Geht jetzt voll los, also wenn man Brutscheinpul erstmal steht, warte's ab. Dann mach ich nur noch Baneling. Wie willst du das machen, wenn du kein Gras hast? Ich habe beides, du hast mir die Milkswursten gegeben. Okay. Hoi ho, Playstar! So, Brutscheinpul, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ich brauche noch einen Worker. Ach, Leute. Was das für Suchtköpfe sind, wie viele Matches die alle haben. Ja, ich sag dir, jeder war schon mal irgendwie mindestens in der Master League oder sonst wo. Ich verstehe nicht wieso. Jeder Idiot. Alter, hast du viele Marines. Ja, aber die kriegen das nicht ein Weiß, ne? Ja, richtig. Das ist das bitte. Irgendwas machen wir falsch. Irgendwie haben wir das noch nicht so ganz begriffen. Ja. Ich habe nur ein Problem, vielleicht habe ich keine Milkswursten mehr. Ich habe noch, ich habe noch. Aber die brauche ich selber für Bänke. Leute, ihr zögert das Unausweichliche nur weiter hinaus. Nein. Nein, der andere lief jetzt. Vielleicht haben wir Glück und beide ruckeln sich raus, weil der Gelbe ruckelt auch. Genau, der Gelbe ruckelt auch. Wisst ihr eigentlich, wie behindert es wäre, wenn wirklich dann einer oder zwei liefen würden und ihr auch noch gewinnt? Ja. Theoretisch haben die nur Bio und wenn ich das mache, wirklich mit den Zircling, habe ich eine Chance. Ja. Nee, ich habe nur jetzt keine Minerals mehr. Ich habe sogar schon Speedling Upgrade, habe ich das ja. Speedling Upgrade habe ich. Oh Mann. Gleich geht's los. Sag mal, Michi, hast du 100 Minerals für mich, damit ich... Ja, was willst du mit 100 Minerals? Sondern, als ob ihr da noch eine Chance habt. Ja, die müssen... Die müssen uns nur eine halbe Stunde Zeit lassen. Ja. Dabei dürfen wir uns so kurz nicht angreifen. Dann werden ihr Platz gemacht. Und so. Boah, jetzt geht's los. Bane, legen, Morph, time! Alter, wie viel die... Wir exten haben? Nein. Wie viele von den Minerals hast du noch? Ein, ein, ein! Gut. Das schafft er nicht. Ja, Medi-Wack ist auch abgegreift. Wenigstens hat er 100% Woos gehabt. Ich hab' jetzt nur 400 Minerals. Wir schaffen das, Michi, Oschi hat total die riesige Armee. Ich glaub, die hat nur noch einen Minerals, äh, nur noch einen einzigen Marine. Nein. Nein, das war nur dem sein... Ich weiß nicht was, das war... Das war mein Plan. Okay. Mit einem Marine, oder was? Oh nein, die fliegen! Nein, Tempest! Also, jetzt kann ich mit meinem Bein liegen, nichts zu erwarten. Wir müssen daraus nur die angreifen! Ich habe sogar 18 Banelinge und kann theoretisch Bio was abfangen. Ich hab sogar Gas, wenn du was brauchst, aber du brauchst wahrscheinlich kein Gas. Roll doch in die Base rein. Ich kann gar nicht rollen, hab ich nicht erforscht. Dann wie? In die Base rein. Ja, ja, ja! Gegnerische Marines! Komm schon, bitte, 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 bitte! Nein, 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 nein! Alle meine Weiblinge sind tot und dass sie einen Schaden gemacht haben. Das war so klar. Ach komm, das lassen wir euch nicht so kurz dastehen. Ich denke mal, das war zu kurz, oder? Ja, mit eurem... Hinauszögern? Wahrscheinlich nicht. Ich kann die Zeit nicht sehen, weil Yoshi doch drin ist. Yoshi ist superend zweitbester. Ja, weil ihr am längsten drin wart. nein der hat auch ressourcentechnisch mehr wie die anderen warum auch immer auf einer base ja jetzt die schläger und ja abgeräumt die alle abgeräumt bekommen habe ich hab ja nur in orangen die gelben und den anderen noch abgeräumt bekommen haben wir noch eins machen oder lassen noch ein egal noch ein komm wir machen noch eins wir machen das mittwochs match dafür was länger und dann passt das passt das dafür dass wir schon nicht so richtig rum gefällt haben die waren bronze wir sind echt highlight ja aber die sind trotzdem alle schon in der magse sind wir gerankt und so oder hammergeil wir kommen bestimmt unterste kategorie maxi und ich haben silber geschafft mit vier niederlagen ja hallo ich sag nur ich spiel erst mal war man erstes spiel gewonnen bronze zweites spiel gewonnen silber richtig hart zwei spiele gemacht und dieses einstufungs match in one-on-one total sinnlos hat das spiel gewonnen bronze ja dann war es nicht gut genug also ein zufall in terror und zweites mal ganz ehrlich wir wir waschen ja jetzt die ganze zeit nicht wir sollten das jetzt einmal wenigstens ich habe die ganze kurs ich war der einzige da komme ich nicht rein ich weiß hat meine ganze army rein und dann halt so ich bin allein und kann nichts machen ich bin das was ich am wenigsten kann was dann der anspiel zum zufall das ist langweilig immer an der protos zu spielen natürlich ist das einfach nur der bericht genau ganz viel bericht und nicht machen okay das kann ich jetzt habe ich gesagt die späser halt stopp auf zu pumpen machte guck dir den grinsenden stern smiley meiner face an der sagt das auch dass ich kurz recht noch so instinktiv auswendig kann er das ist einfach instinktiv ist meine mein daumen schon voll im arsch der kann gar nicht mehr und so ins gehörn eingebrannt genauso wie sich diese ganzen tasten in meinen daumen reingebrannt haben kannst du auf den daumen gucken ah ja genau wo bleibt deine erste direct hallo in arbeit wo bleibt deine erste direct hallo die kommt bei 12 immer bei mir das ist zu langsam leute das ist ein normales opening ja schon wollte gerade sagen das ist doch alles hier nicht normal was wir machen äh brita brita wo ist dein zweiter worten joshy jetzt hör auf zu klugscheißen der klugscheiß nicht der scheiß scheiße zwei barracks in der mache zufrieden nein zu wenig ich weiß ich wollte eigentlich fünf haben einer von euch muss liefen habe ich mir mit und will zopper verkommen dann kann man das machen so und wo ist dein zweiter barrack halt's mal ne echt ohne scheiß wo ist dein zweiter du hast die erste schupe fertig da musst du zweiter ran weißt du die auch nicht oder wie oder guck doch mal bei mir bei mir sind drei in der mache ja ok drei sind dann wieder eine spiel niemals doch nein 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 hallo ich bin heute guru als ob ja ich bin 4 und 4 guru heute Niederlagenguru als du das was sind es sag ich immer ja stimmt du hast dich immer brav eingebunkert wenn wir zerstört wurden das war nur gerade eben und davor das match war es glaube ich auch nein davor hat man schon wieder gewollt oder du bist immer der der zuletzt zerstört wird ja dafür könnte ich ja nichts denn die wir dann brauchen ja die guckten dich an und befinden dich zu schlecht ich kann man auch irgendwann bis zum Ende übersehen was auf als Mittagsnick scheiß Katze ich dachte du mag es Katzen nicht wenn sie mir den ganzen Tag auf den Sack gehen nur weil dann die Mieze Katze mit ihr schmusen will wird direkt bestraft ja jetzt wollen wir sie selbst schmusen hier hin pfff Makrohelden ich habe übrigens jetzt 6 Marines ganz kaum noch und ich pumpe halt immer 3 gleichzeitig das ist zu wenig Marines ich brauche mehr Barracks nicht gelassen nicht gelassen nicht gelassen nicht gelassen nicht gelassen ja die Fischmarke ich hab 4 Pirates lautet bei uns jemand oder so wir gehen jetzt los wir machen die jetzt fertig ja wird jetzt verprügelt da wird nicht gescoutet richtig werten wir kriegen voll aufs Maul wahrscheinlich Glück wahrscheinlich jetzt geht's los das Problem ist wenn wir diesen Buschchen hinkriegen dann sind wir am Arsch abmarschbereit Glückwahrscheinlich ist das so ja jetzt geht's los siehste das ist doch mal ne Anzahl an der es ist gut Dom mach auf wir gehen los ich hab mehr Marines wie ihr Einheiten habt los los geladen und entsichern und immer schön offen lassen Dom ja ja der bleibt jetzt offen ich pumpt sogar schon Panzer warte 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 ich geh jetzt kurz den Heser kriege ich mich weil sonst sieht der die ganze an der ist gar kein Heser Stimpeck 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 komm schon komm schon ja Stimpeck kommt genau richtig Panzer kann ich auch machen ok hi leut oh schön noch sauber und da ist es kaputt und da haben wir gewonnen ja jetzt macht der auch noch hit and run die Sau der zerschützt sein eigenes Gebäude der hätte die gerade selbst angegriffen NIEMALS ich mach meine Sachen selbst kaputt bevor du da bist ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht von dort schlechte Leute wenn nötige weitere Demos vor eigener Schreck wenn nötige weitere Demos fiel mal hier den Chor bitte unsere Verbündeten werden angearbeitet wo 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 aber nur einer wenn ich Simpeck fertig habe dann werde ich mich vermöbel hinter du Kaktos wo wer macht mit Channetary wie nicht genügend unsere Verbündeten werden angegriffen werden angegriffen ja das ist eigentlich immer wieder traurig Was wir hier machen? Nein, das sind 4 und 4, nur Rushen funktioniert Wird spannend, wenn wir es beide machen Ich mach normalerweise immer beide Ah, planetare Festung Okay, ich mach Panzer schon Gilt jemand hier, das rollt? Leucht dran, warte Das ist weit weg Wo ist die planetare da? Ja, die Orangener Ja So, Zirklinge, ich geh Er wollte es wissen So, ich geh jetzt die Planken-Sanitary-Tursen Ich bin dabei Und Simpack Und da gibt es die Planken-Sanitary-Tursen Und Panzer ist auch dabei Ach ja Unten, ne? Wunderschön Ja, in 4 und 4 In 4 und 4 könnt ihr keine Taktik spielen, das ist einfach so Ja, aber die haben es ja erwartet Die haben aber auch nicht gesroutet Oh, wer hat es gewundert? Oh Bronze, oder? Ja, natürlich Wo sollten wir auch sonst reinkommen? Wer hat die Armee? Michi ganz oben Wer hat es erwartet? Ja, ich habe nur Zirklinge gespielt, Junge Ich habe nur Senes gemacht Ich habe Marines, Panzer, Waffen-Upgrade und Mittwechs Aber ist auch meine Rasse, ne? Also, Wurst So, das waren die Matches bis Mittwoch Und ich hoffe, es hat euch mal Spaß gemacht 4 und 4 zuzuschauen Mit uns allen Genau Und dementsprechend sehen wir uns am Donnerstag wieder Wenn es wieder normale StarCraft 2 gibt, ne? In 2 und 2 Bis dahin wünschen wir euch was Bis morgen Ciao Ciao Ciao